Drei, drei, eins. So, wir haben Dorossey Anderson. Also Anderson, weil du eigentlich Deutsch auch sprechen musst, glaube ich. Keine Ahnung, kann auch sein, dass es auf Englisch auch funktioniert, noch. Wäre den Geist ja nach, ja gut, aber das Wehre ist auch neu. Schieße ein, also das ist ja gemeint, Deutsch, schieger Deutsch. Riesig, bitte ins Zeug. Immer über die immer Dänisch sagen. Was, Dänisch? Deutschsprache ist Dänisch. Ja, der Name. Es geht aber um die Wehre den Geist ab. Oder schieße ein Foto. Und du hast schon wieder den Schlüssel auch hier vergessen. Das war meistens meine Aufgabe. Aber ich spiele trotzdem Deutsch an mit manchen Sachen. Wie zum Beispiel ja Wiedergänger, was der wieder jetzt noch nicht erwähnt ist. Ja, wir haben Zirkel und Knochen im Keller. Der Knochen ist hier, liegt daneben. Da kann man nicht verstecken, wenn man Bock hat. Das ist pure Verarsche. Er hat diese Tür hier berührt. 100%. Kommt kein EMF, ne? Ja, irgendwann die Tür hat er berührt und ich dachte, das wäre die gewesen. Ja, da bin ich hart durch den Kakao gezogen. Dann war es die andere Tür, äh, Badezimmer oder so. Die drei Fotos, die es noch verschwendet, naja. Jetzt holt's. Oh, durch den Kakao gezogen wurde ich. Nur eine Pillage mal hören. Kann sich auch in der Garage verstecken? Weiß ja nicht, wir gucken. Oh, was ist. Wir hätten die Garagentüren gefasst. Äh, äh. Ne. Ne, hat er ne. Oder ist Spendhalung? Aber gefrier mal. Ich hatte gerade Atem. So viel Atem. Jetzt aber bestimmt mal, Robi. Äh. Ja, aber Atem haben wir nicht in Badam, oder? Ich hatte gerade in der Garage Atem. Ja, so, Badam. Ja, also hier ist Atem. Aber ist es sicher Garage, oder ist... Doch sicher Garage. Ist es hier in Garage, eh? Robi ist hier drin übrigens Kacke zu sehen, ab und zu, aber ich seh ihn aktuell nicht. Entweder... Bist du hier? Bist du hier? Sollen wir gehen? Das mit mir. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Das mit mir. Bist du hier? Sollen wir gehen. 5 EMF-Aurschlag. Hm. Können schälen ohne Brille länger. Erf-Aurschlag. Kein Licht. Ah, hier eine Kamera. Das funktioniert genauso. Kann es überhaupt noch der Hotel sein? Ja, kann es. Ok. Bist du hier? Wo bist du? Wollen wir gehen? Bist du hier? Wo bist du? Wollen wir gehen? Bist du Deutsch? Bist du Russisch? Bist du Aserbaidschan? Ja, Aserbaidschan. Egal, keine Ahnung. Männlicht? Wo ist Männlicht? Aserba? Egal. Ähm. Was wirst du hier um? Was wirst du? Hä? Das war hundertprozentig hier irgendwo, oder nicht? Eigentlich in der Küche, würde ich sagen, aber... In der Küche? In der Küche? In der Küche hätten wir gerade einen Sound gehabt. War schlecht. Naja, der macht ein bisschen Action, aber er ist immer noch... Aber er läuft... Hier, ähm... Da gibt es immer auch hier den Gang hin und her. Das heißt, nehmen wir das und das mit... Das heißt dann noch... Der Org habe ich bis jetzt nicht gesehen. Den Box hat er, wenn ich reagiere. Fingerbrücke kann es noch sein. Ah, er muss immer durchs Heiß gelaufen sein. Mhm. So. Wollen wir mal... Garage raus und... Was hat er, was umgerufen hat? Tick das noch... Hier noch irgendwas... Ah, läuft nicht so mit Fotos gerade. Flur... Das ist auf dem Flur gewechselt. Äh... Ich hab gerade... Ich hab gerade gefriert... Ich hab gefriert gerade. Äh... Jetzt ist er gefriert... Oder ist hängst... Äh... Ich hab... Ich hab gerade gefriert... Jetzt... Ja, ja, jetzt... Jetzt... Also hier... Hm... Das... Also hier... Bei ihm hat das Ding noch drunter gesagt. Das drunter gefriert ist. Äh... Ich hab mich da drunter... Ich hab mich da drunter... Äh... Ein Boden drunter... 3... 1... 2... Ok... Na gut... Wenn er doch... Weiß ich nicht... Wenn er doch den Bewegungshensor läuft... Ähm... Kommt er dann in die OTS raus oder nicht? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo willst du? Bist du hier? Wo willst du? Bist du hier? Bist du hier? Nein, ich... Wo bist du? Bist du hier? Wollen wir gehen? Wo bist du? Bist du hier? Also erst... Also ich kann ja auch durch den Sensor laufen. Das püpt auf. Außer du meinst die OTS. Aber jetzt muss doch noch... Ich weiß nicht... Also ich stand in der Garage im Sensor drunter. Ja... Denn... Also ist da irgendwas... Box können wir durchstreichen. Er sammelt... Oder läuft hier gerade durchs Salz durch. Ja... Frage ist, wie gesagt... Läuft er durchs DOTS? Äh... Es hat... Es hat gerade durchge... Durchgeleuchtet. DOTS. Ja, so haben wir ein Oni. Okay... Foto vom Geist... Äh... Könnte ich zwar machen... Weiß nicht, ob das überhaupt noch... Doch... Doch... Was könnten wir noch machen? Ein Fotoslot ist noch fein... Weil wir eh den... Den... Den Dings haben... Äh... Jagdräucherstäbchen... Ja, das kriegen wir auch hin... Von einem... Von einem... Was kriegen wir hin? Nur meine Stäbchen... Da ein bisschen... Ein bisschen... Positioniert... Da war das Beste... Glaube ich... Ja, wobei... Eher eigentlich egal... Wo kann man sich jetzt verstecken? Mal gucken... Wo der Jürgen verstecken will... Drei... 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 Eins... Drei... O... Gäste... Ehh... Klack... Klack... Oh... Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! Ja, das fürchte ich ja da oben nicht, deswegen, also abgesehen davon, dass ich kein richtiges Versteck hatte, sondern einfach mal hinter irgendeinem Zimmer drum gehören, weil leider alle Spindel defekt waren, ja, dann, äh, ist das wieder durch, so, hier glitscht die Rampe den Boden holen. Oh, er hat es ja mit viel Hochschwung zu klatschen lassen. Wieso zu? Oder unter Klatschen lassen. Naja, da ist Erde überrasen, über der Rampe, auf der Rampe drauf. Oder, oder, beim Rückwärts einparken hat, naja, das ist einfach ein Verbindungsfehler vom Boden unter Rampe. Ja, das ist schon ein Fehler. Theoretisch. Kein schlimmer, aber ganz genau ist das Thema. Ganz genau. Das war's, ich bin ein Fehler. Also, ich bin ein froh. Weißt du, ich bin ein Yetzer für, ich bin ein guter Fistry. Ich bin ein froh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017